Zum Beispiel haben wir eine ganz wundervolle Rolex. Eine Spendengala in Berlin. Wird die Luxusuhr zu einem guten Preis ersteigert, bekommt ein Berliner Kinderheim etwa einen neuen Sportplatz. Millionär und Mitveranstalter Christoph Gröner überzeugt die reichen Gäste bei der Auktion, spendabel zu sein. Wer möchte Lionel Messis goldenen Schuh? Und mit dazu das gute Gefühl, Kindern zu helfen. Wir, die Leute, die Gas geben, die die Möglichkeit haben, die die Zeit haben, die das Geld haben, wir müssen uns einbringen, wir sind der Staat, wir haben eines der schönsten Länder der Welt, wir haben die besten Möglichkeiten. Lassen Sie uns daran helfen, Chancengleichheit für die Kinder, Chancengerechtigkeit für die Kinder herzustellen. Vielen Dank. Dankeschön. Ein halbes Jahr lang hat sich Christoph Gröner filmen lassen. Mit ihm und vielen anderen schaut dieser Film auf Deutschland. Auf den ersten Blick ist es ein reiches und mächtiges Land, voller Chancen. Doch wenn man genau hinsieht, in kaum einem Industrieland ist der Reichtum so ungleich verteilt. Erfolg hängt oft von der Herkunft ab. Warum ist das so? Bedrohen die großen Unterschiede den Zusammenhalt? Um Antworten zu finden, führt dieser Film um die ganze Welt. Zu einem Nobelpreisträger, zu den Besten ihres Fachs. Sie erforschen Ungleichheit. Die Welt steht heute am Scheideweg. Die Menschen spüren, dass ihnen die Kontrolle über ihre Länder gestohlen wird. Ungleichheit ist das drängendste soziale Problem unserer Zeit. Herzlich willkommen im Ungleichland. Was bisher geschah im Ungleichland. Unternehmer Christoph Gröner wird immer reicher. Wenn Sie 250 Millionen haben, dann schmeißen Sie das Geld zum Fenster raus und dann kommt es zur Tür wieder rein. Sie kriegen es nicht kaputt. Sie kaufen Autos, das Auto kriegt Mehrwert. Sie kaufen Häuser, die Immobilien kriegen Mehrwert. Sie können es nicht durch Konsum zerstören, das Geld. Sein Geld verdient er mit Immobilien. Allein in Leipzig baut er laut Firmenangaben jede dritte neue Wohnung. Alles, was Sie rechts und links sehen, ist von uns saniert, gebaut. Den Weg nach oben hat er sich hart erarbeitet. Wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe, bin ich bei der Arbeit. Wenn ich 40 Grad vier überhabe, bin ich bei der Arbeit. Wenn meine Frau mit mir Krach macht und mich die Nacht nicht schlafen lässt, bin ich bei der Arbeit. Überträgt sich sein Erfolg automatisch auf seine Kinder? Lassen sich in Deutschland Lebenschancen kaufen? Berlin, 6 Uhr am Morgen. Vier. Fünf. Sechs. Während andere Väter um diese Zeit ihre Kinder wecken, schwitzt der Millionär beim Frühsport. Sein Alltag ist streng durchgetaktet. Zeit ist Geld. Und das lässt sich überall vermehren. Auch im Auto. So wird der Rücksitz zum Büro. Seine Assistentin Angelik Liese sieht Gröner fast jeden Tag. Seine vier Kinder meist nur am Wochenende. Er versucht als Familienvater natürlich das Beste für seine Kinder herauszuholen. Eine allgemeine Schule bedarf der Fürsorge der Eltern auch stark unter der Woche. Und da falle ich in der Funktion, in der ich bin, einfach komplett aus. Und da ist es wahrscheinlich ehrlicher, so habe ich das auch mit meinen Kindern gehalten, zu sagen, von Montag bis Freitag ist der Vater, der Papa nicht da. Und die Zuwendung, die ihr bräuchtet in dieser Zeit, die kann ich euch nicht geben. Da ist es aus meiner Sicht ehrlicher zu sagen, in der Zeit haltet ihr euch unter bester Beaufsichtigung woanders auf. Natürlich ist es so, dass wenn sie ihre Kinder zum Beispiel in eine der Naht schicken, sie dann automatisch, was den Ausbildungsstand betrifft, die Chancen besser stellen, ihr Kind in den Chancen besser stellen, als es vielleicht andere Kinder in einer normalen Schule haben. Dass seine Kinder in diesem Film auftauchen, will Christoph Gröner nicht. Zwei gehen auf ein Elite-Internat in einer anderen Stadt. Schulgebühr pro Kind 3000 Euro im Monat. 3000 Euro monatlich. So viel hat hier kaum eine Familie zum Leben zur Verfügung. In der Weißensiedlung in Berlin-Neukölln leben 4000 Menschen. Meist große Familien in zwei bis drei Zimmerwohnungen. 60 Prozent der Bewohner bekommen Unterstützung vom Staat. Wer hier aufwächst, geht in der Regel auf die Sonnengrundschule. 93 Prozent der Kinder müssen ihre Bücher nicht bezahlen, weil ihre Eltern arm sind. In den Medien heißen solche Schulen Brennpunktschulen. Seit Jahren schon. Aber zum Löschen kam noch niemand. Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Östemir. Worauf müsst ihr achten, wenn ihr zu eurem Ferienbild einen Text schreibt? Meldet euch mal bitte. Immer. Wenn ein Satz zu Ende ist, da kommt ein Punkt. Genau. In Nouraj Östemirs 4. Klasse haben bis auf zwei alle Kinder ausländische Wurzeln. Aufsatzthema, mein schönstes Ferienerlebnis. Du kannst natürlich auch erst deinen Text schreiben und dann was dazu zeichnen. Sundus hat mich angerufen. Sie sagte, wir sollen uns treffen. In den Ferien hatte ich ein Turnier. Wir wurden vierter Platz. Ich und meine Eltern sind zu Edeka gegangen. Komma, ich habe eine Kinderüberraschung und sind wieder zurück zu Hause gegangen. Sollte eigentlich mein Frühstück sein, aber es ist okay. Gebt euch sofort ab. Stefanie Freitag ist Erzieherin. Sie soll bei den Aufgaben helfen, Streitschlichten, Ausflüge unternehmen. Und wenn ein Lehrer mal Langzeit erkrankt und man hat dann hier nicht unbedingt das Personal, dann tut mir das auch leid, wenn die Kinder dann keinen Unterricht haben, lernen ja nicht bei. Und ich sage mal so, bis zur fünften Klasse kriege ich es auch noch hin. Machen wir auch was Schönes, stimmt. Am liebsten machen wir Deutsch, richtig? Also ich mache es am liebsten. Wer zu Hause wenig Deutsch spricht, braucht mehr Unterstützung. Derzeit fehlen hier vier Lehrerstellen. Ich möchte ein Mauritschner werden, weil ich viel Geld verdienen will. Und mein Vater dabei arbeitet. Man muss da gut bei Mathe sein. Ich will Abitur machen. Und bei irgendeiner Automarke arbeiten. Ich will mal studieren. Ich will mal Ärzten werden. Weil ich mag, Leuten zu helfen. Ein Viertel der Kinder hier schafft es aufs Gymnasium. Im Rest von Berlin sind es fast doppelt so viele. Sie wissen halt vielleicht nicht immer, wie sie da hinkommen können, weil ihnen die Wege irgendwie nicht bekannt sind oder teilweise zugesperrt sind. Die Schulleiterin, Karoline Pocomokuri, würde gerne zusätzliche Lehrer einstellen. Doch sie hat unwesentlich mehr Geld zur Verfügung als eine Schule, auf der alle Kinder Deutsch sprechen und niemand arm ist. Wenn man einfach mal anfangen würde zu sehen, was die Kinder brauchen und dann die Menschen auch einstellt, die das gewährleisten können, dann wären wir ganz woanders. Und ich meine, zu diesem Mangel kommt natürlich auch, dass die, die hier wohnen, auch sparen müssen. Und wenn wir sehen, wo die Kinder Bedarf haben, sei es gesunde Ernährung, viel mehr Bewegung, ordentliches Arbeitsmaterial, was total viel Geld kostet. Und das sind so viele Faktoren, die den Unterrichtsalltag bestimmen, dass man mit Worten das gar nicht so beschreiben kann. Und ich kenne auch welche, die ihre Kinder dann einfach nicht in diese Schule schicken und sich dann zusammenschließen und gemeinsam in eine Schule dann mit ihren Kindern gehen, die weiter weg ist oder sich zusammenschließen und sogar von den Schulen fordern, dass sie separate Klassen eröffnen für ihre Kinder. Also das ist alles für mich soziale Segregation. Soziale Segregation bedeutet die räumliche Trennung von Arm und Reich. Was passiert, wenn oben und unten immer weiter auseinanderdriften? Weltweit beschäftigen sich Ökonomen und Sozialwissenschaftler mit dieser Frage. Sie erforschen die Folgen von Ungleichheit. In Berlin ist es der Bildungsforscher Marcel Helbig. Er hat in einer aktuellen Studie herausgefunden, Arme und Reiche bleiben in Deutschland zunehmend unter sich, treffen kaum aufeinander. In unserer Studie haben wir uns 73 Städte angeschaut, im Hinblick auf die soziale Segregation vor allem. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die soziale Segregation eigentlich in allen bis auf sechs oder sieben Städte erhöht hat. Beispiel Berlin. Der Norden von Neukölln und Kreuzberg sind Gegenden, wo Arbeitslosigkeit und Kinderarmut abnehmen, im Gegensatz zur weißen Siedlung. Hier bekommen fast zwei Drittel der Menschen Hilfe vom Staat. Im Ruhrgebiet teilt die A40 die Stadt Essen. Nördlich der Autobahn beziehen 17 Prozent der Erwachsenen Hartz IV. Im Süden sind es nur sieben Prozent. Wir sehen das in vielen Städten in Deutschland mittlerweile Ballungen, wo sich dann in bestimmten Nachbarschaften 70 bis 80 Prozent Kinder von Hartz-IV-Leistungen leben. Und was das dann wiederum für die Schulen bedeutet, eine Ballung dieser sozialen Probleme, die damit natürlich auch einhergehen, damit muss das Bildungssystem jeden Tag aufs Neue kämpfen. Nicht nur arm und reich begegnen sich immer weniger. Auch Kinder mit und ohne Migrationshintergrund gehen immer seltener zusammen zur Schule. Ein Experiment. Zwei Schulen aus Essen. Eine Grundschule aus dem reicheren Essen-Süd in den orangefarbenen T-Shirts. Eine Grundschule aus dem eher armen Essen-Nord in den blauen T-Shirts. Die Kinder sollen sich gegenseitig eine einzige Frage stellen. Die Schüler aus Essen-Nord fragen. Bist du Ausländer? Studien zeigen, wird ein Kind dort groß, wo viele arme Menschen und viele Zugewanderte leben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es weniger erreichen wird. Wir können das extrem gut sagen, welche Kinder welche Chancen haben werden. Wir können Wahrscheinlichkeiten berechnen. Und wir wissen, wenn ich jetzt eine Sozialpädagogin, eine gute Lehrerin hätte, weiß ich ganz genau, wo ich die hinschicken würde. Vor allem bei Kindern, die in eine bessere Nachbarschaft umziehen, etwa durch ein soziales Wohnungsbauprogramm, sieht man, sie erreichen viel mehr im Leben als Kinder, die diese Möglichkeit nicht hatten. Das zeigt uns, dass es sich hier nicht nur um genetisch bedingte Fähigkeiten handeln kann. Es gibt in Deutschland ein Ideal. Bildung darf nicht vom Geld der Eltern abhängen. Der Staat sorgt über Steuergelder dafür, dass alle Kinder in gute Kitas und auf gute Schulen gehen. Er bietet auch denen Chancen, die wenig haben. Was aber, wenn der Staat dieses Versprechen nicht einhält? Millionär und Familienvater Christoph Gröner fühlt sich in der Pflicht. Also wenn ich ein gutes Elternhaus habe, dann kann die Bildungspolitik schlecht sein, dann können die Eltern darüber weghelfen. Wenn ich ein schlechtes Elternhaus habe, habe eine gute Schule und Bildungseinrichtung, dann kann die helfen, die Folgen eines schlechten Elternhauses zu mindern. Hier haben wir einen Totalversagen auf ganzer Liesene. Wir haben erst Eltern, die es nicht schnaggeln und nicht auf die Reihe bringen. Und zweitens eine Bildungspolitik, die dann sozusagen die Türen weit aufmacht für das Chaos, das wir heute erleben. Der Unternehmer ist unterwegs für die Laughing Hearts Stiftung, die sich um benachteiligte Kinder kümmert. Sie unterstützt gut 2000 Kinder in 22 Heimen. Gröner will nachsehen, was aus dem Spendengeld geworden ist und neue Projekte anstoßen. Hier war zum Beispiel alles voller Beton. Da haben wir den Beton rausreißen lassen und haben daraus einen Platz geschaffen, wo Kinder sich eben gerne aufhalten und wo sie nicht mit dem Kopf auf harten Beton aufschlagen. Eine Möglichkeit zu schaffen, in denen Jugendliche dauerhaft aus Berlin herauskommen. Ein Projekt nach dem anderen. Er sorgt für Nachhilfestunden, Zahnspangen, Sportplätze. Und das alles nebenbei. Ja, schauen Sie, so kriegt man es halt fertig, dass man Charity machen kann und trotzdem seine Hausaufgaben. Ein kleines Amphitheater wird hier entstehen. Das ist für mich ein echter Traum, der dann da noch in Erfüllung geht, muss ich sagen. Das macht es ja nicht uns im Partner. Manchmal hat man Lust, sich auch auf den Boden zu setzen und dann auch mal weiter zu spielen. Da muss man aufpassen, dass man bei dem Job, den ich mache, nicht irgendwo mal da sitzt und nur noch spielt. Sie wissen, Sie sind unsere wahren Helden. Ja, danke schön. Ich richte es dem Team aus. Auch ungeschminkt. Sie sehen toll aus. Ich erzähle es. Noch darf ich die Türen aufmachen. Wo ist denn der Einsatz von finanziellen Ressourcen, von Zeitressourcen, von Sachleistungen am größten? Und das ist, das ist das Kind. Einen armen Alten können Sie nicht mehr retten, dem können Sie die Umstände, in denen er lebt, mildern. Aber beim Jugendlichen oder beim Kind können Sie noch die Weichenstellung schaffen. Für diesen Bolzplatz hat Grüner den Boden gesponsert. Für 100.000 Euro. Viele der Kinder hier stehen unter Vormundschaft des Jugendamts, dürfen nicht gefilmt werden. Und macht Spaß, da drauf zu spielen? Funktioniert das Ding? Ja? Macht Spaß? Zum Dank haben die Mädchen aus dem Kinderheim einen Tanz einstudiert. Wenn wir nur Integrationsleute haben, können wir so ein kleines bisschen mal eine Durchmischung hinkriegen. Da werden wir auch bei unserer Fernstellung erneut Frau Kollert mal wieder... Bravo! Könnt ihr nochmal ganz kurz ruhig sein? Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz Ruhe. Wir wollen an dieser Stelle, wir wollen an dieser Stelle die wichtigste Information rausgeben. Der Bolzplatz ist eröffnet, weil er entstanden ist, weil wir an die Kinder glauben. Und dass wir alles dran setzen werden, dass eure Freizeit so aussieht wie die Freizeit unserer Kinder. Oder wir glauben an euch. Und wir werden immer da sein, solche Sachen zu machen. Okay? Wir glauben an euch. Das müsst ihr wissen. Und ich glaube an Sie. Wir glauben an euch. Eins, zwei, drei! Wenn klar ist, dass die oben so viel bessere Chancen haben als die unten, macht das auch etwas mit denen dazwischen, der Mitte. Denen, die die Gesellschaft eigentlich zusammenhalten. Wenn sie sich nicht mehr darauf verlassen, dass der Staat allen Kindern Chancen bietet, egal wo deren Schule oder Kita steht, hat das weitreichende Folgen. Dann wächst der Druck, dem Kind das Beste zu ermöglichen. Zur Mitte zählt in Deutschland eine Familie mit zwei Kindern, wenn sie zwischen 3000 und 5000 Euro brutto zur Verfügung hat. Wie etwa Familie Klaus aus Leipzig. Vater Thomas holt seine Kinder Gustav und Luise aus der Kita ab. Großes Thema zurzeit, die Schule, auf die Gustav mal gehen soll. Wir möchten Sie und Ihr Kind ein Stück in der Vorschulfase begleiten. In der Zeit vom 15.12. bis 9.2. bieten wir deshalb Ihrem Kind wöchentlich eine Vorschulstunde im Haus an. Da können wir schon zur Schule gehen. Zur Vorschule. In die Schule. Das ist cool, oder? Und ich auch mitgekommen. Du kommst auch mit? Du kommst auch mitgekommen. Ja, ich denke, da kannst du auch mitkommen. Steht doch hier. Ah ne, nur Ihrem Kind. Naja, du bist auch unser Kind. Hier steht's. Freitags. Über Freitags können wir gehen. Dass die Kinder hier so behütet aufwachsen können, hat die Familie vor allem Thomas' Arbeitsplatz zu verdanken. Der Ingenieur arbeitet nur 5 Fahrradminuten von zu Hause entfernt. Der Job sichert das Leben und die Wohnung in guter Lage. Doch seit einigen Monaten ist klar, der Konzern will sparen. Ganze Standorte sind bedroht. Womöglich auch dieses Werk. Dann stehen wir da. Dann haben wir alle gedacht, wir sind ein Teil des großen Getriebes. Und dann sagt uns irgendein Jurist, sind wir aber nicht. Und dort sehe ich ein riesen Risiko für uns, dass wir dann mit leeren Händen da stehen. Weil dann haben wir verloren. Wenn wir dort rausgerissen werden, ohne dass wir es selber steuern können, dann haben wir wirklich eine komplette Niederlage hier in Leipzig, glaube ich, vor der Tür stehen. Als Betriebsratschef des Leipziger Werks fährt Thomas Klaus zur Siemens-Zentrale nach München. Dort wollen die Manager ihre konkreten Sparpläne verkünden, Gerüchte beenden, Fakten schaffen. Ich habe zwei Kinder und ich habe Zukunftspläne. Und die basieren ganz deutlich auf meiner Zukunft mit einem guten Arbeitsplatz. Und das ist einer bei Siemens. Und das steht alles in Frage, das steht alles auf wackeligem Bein, wenn diese Zukunft eben nicht mehr gegeben ist. So ein bisschen wie der Weg zur Schlachtbank für mich ja gerade. Sehr emotional eigentlich. Woher kommt die Angst der Mitte abzurutschen? Lange stand für die deutsche Mittelschicht fest, dass ihr Wohlstand sich mehrt. Doch das ändert sich gerade. Und das hat etwas mit einer weltweiten Entwicklung zu tun. Der Wirtschaftswissenschaftler Branko Milanovic hat die Folgen der Globalisierung erforscht, große Datenmengen dafür ausgewertet. Sein Fazit? Das Einkommen der Menschen ist gestiegen, aber ungleich. Wenn wir uns die Globalisierung in den vergangenen 25 bis 30 Jahren ansehen, dann sehen wir, es gibt zwei Gruppen von Globalisierungsgewinnern. Die erste Gruppe sind die ohnehin reichen 1% der Welt. Sie werden immer reicher. Besonders interessant die Mittelschicht in Asien, etwa in Indien und China. Hier ist das Einkommen von 2 Milliarden Menschen stark gewachsen. Sie sind die Globalisierungsgewinner. Im Gegensatz zu der unteren Mittelschicht der Industriestaaten in den USA und Europa. Auch in Deutschland stagniert ihr Einkommen. Die Gruppe könnte man als Verlierer bezeichnen, obwohl sie nicht wirklich etwas verloren hat. Aber sie hat eben auch nicht viel dazugewonnen durch Globalisierung. Das sind die unteren Mittelschichten in Deutschland, den USA, Japan oder Frankreich. Ihr Einkommen ist in den letzten 20 Jahren nicht gewachsen. Wir haben es geschafft, 2 Milliarden arme Menschen in Indien und China aus der Armut herauszureißen. Das ist eine unglaubliche, positive Entwicklung. Aber gleichzeitig ist es natürlich wahr, dass die untere Mittelklasse, ob es jetzt in Mannheim oder in Michigan ist, nicht besonders viel abgekriegt hat in den letzten 20 Jahren. Konkret heißt das, wenn es Europa nicht gelingt, die Globalisierung mit Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit zu verknüpfen, dann droht langfristig die Gefahr des Bruchs zwischen Globalisierung und den unteren Bevölkerungsgruppen. In München hat Thomas Klaus jetzt Gewissheit. Das Werk soll geschlossen werden. Wenn sich das Management durchsetzt, sollen Teile wohl auch dahin verlagert werden, wo billiger produziert werden kann. Egal wie lange das Szenario jetzt dauert, irgendwann gibt es ein Datum und dann arbeite ich nicht mehr einen Kilometer von unserer Wohnung entfernt. Dann habe ich nicht mehr dieses Einkommen und diese Sicherheit, die ich jetzt noch habe. Und da muss man sich angucken, was das Budget nachher gibt. Dann bin auch ich auf dem Arbeitsmarkt und das wird nicht einfach. Das bin ich mir bewusst. Und das kann schon erhebliche Umbrüche ergeben, wenn man ehrlich ist. Zum Beispiel? Das Familienbudget, das Monatsbudget wird unsere Wohnung, die wir jetzt haben, nicht mehr hergeben. Denn der Wohnungsmarkt in Leipzig ist umkämpft. Wie in allen deutschen Metropolregionen ziehen auch hier die Menschen in die Innenstadt. Bauinvestoren wittern hohe Renditen. Die Mieten werden immer höher. Sind in den letzten fünf Jahren um 25 Prozent gestiegen. Erschwingliche drei bis vier Zimmerwohnungen sind rar. Bei einem Umzug müsste Thomas Klaus' Familie wohl an den günstigeren Stadtrand ziehen. Es wird halt meist im hochpreisigen Milieu jetzt hier gebaut. Das ist wie überall. Man kennt die Situation in den Großstädten und ich glaube, wir sind auf einer Spirale genau dorthin. Natürlich wäre sowas attraktiv, aber ich glaube auch gerade in der jetzigen Situation brauchen wir sich da ja keine Gedanken drum machen. Auch Großunternehmer Christoph Gröner baut hier Mietwohnungen. Er sagt, erschwingliche. Zwei Zimmer für 700 Euro Kaltmiete. Das sind 12 Euro der Quadratmeter. Sicherlich ist das nicht das Teuerste und sicherlich ist nicht das Edelste, aber das hat Ausdruck, das hat Stil, das hat Qualität, das hat einen Sinn, das hat eine Seele. Da bin ich super stolz drauf, weil hier würde ich selber wohnen wollen. Wir wollen der VW der Immobilienbranche werden. Wir müssen also ganz schön noch Gas geben. Mit seinem Erfolg beeindruckt Christoph Gröner auch seine Kinder. Sie werden in der Schule angesprochen. Irgendwann sagen dann die Klassenkameraden, sag mal, ist der Gröner der von der CG-Gruppe, was seid ihr das? Oder man fährt mit dem Auto vom Hof und dann sieht man so, wie die gucken, CG-Gruppe und dann googeln die das mal. Sagen die, weißt du, was dein Vater macht? Ich komme da so nach Hause und sage, Papa, machen wir alles das? Das ist dann schon so eine Entwicklung, wo man so ein bisschen Freude hat, dann entsteht plötzlich ein Interesse. Das ist so eine Mischung aus Respekt, Stolz und natürlich aus ein bisschen Wehmut, weil er natürlich auch weiß, dass die Zeit, die ich da verbringe, manchmal zu Lasten der Familie geht. Im Untergeschoss des alten Berliner Postcheckamts, das Gröners Firma gerade saniert, arbeitet Anja Gröner. Sie will sich nicht auf dem Reichtum ihres Mannes ausruhen. Ihre Einrichtungsfirma stattet Wohnungen aus. Wohnungen, die ihr Mann baut. Herr Pischer! Ihre Kinder wollen die Gröners aus ihrem Luxusleben möglichst heraushalten. Deswegen war auch damals unsere Entscheidung, sie ins Internat zu geben, weil sie dort unter ihresgleichen sind und nicht jeden Tag das mitkriegen, was bei uns zu Hause abläuft. Sie müssen nicht sehen, auf welche Veranstaltungen wir gehen, wie wir gehen, wie wir aussehen, wenn wir uns für einen Ball oder so schick machen. Im Internat gibt es halt Regeln und da sind alle Kinder gleich. Hier in Berlin sind nicht alle Kinder gleich. Es gibt Kinder, die haben reiche Eltern, Kinder, die haben arme Eltern. Und da gibt es ganz viel Spannungen unter den Kindern, was der eine hat und was der andere nicht hat. Ich habe auch schon mal meine mittlere Tochter vom Konfirmationsunterricht abgeholt. Und auf einmal versteckt sie sich im Fußraum vorne. Dann habe ich gesagt, was machst du denn? Ja, die Kinder sollen nicht sehen, dass ich in diesem Auto sitze. Das sind dann so andere Probleme, die sie dann haben, wo sie mit klarkommen müssen. Es gibt viele Situationen, wo sie es einfacher haben, aber es gibt auch viele Situationen, wo sie einfach Abstriche machen müssen. Weil halt der Papa nicht so oft da ist. Thomas und Katrin Klaus ist wichtig, dass sie und ihre Kinder genau da bleiben können, wo sie gerade sind. In einem sehr guten sozialen Umfeld leben wir hier. Da sind nicht die klassischen Ausreiser dabei, wo man sagt, ob das Kind so die Chance hat. Weil es wird eigentlich ganz stark geprägt vom Elternhaus, vom elterlichen Umfeld, vom sozialen Umfeld. Und ich finde auch Freunde, die ich im Kindergarten habe, auch wieder in der Schule. Genau, ne? Auch er merkt, dass seine Freunde mit hingehen und er weiß, wo die Schule ist und macht sich schon Gedanken, wer mit in seine Klasse kommt. Und da müssen wir alles dran setzen, dass er in seinem Umfeld bleibt. Wenn man sich das ganze Thema jetzt hinzieht, er wird nächstes Jahr eingeschult, dann wäre es dann schon schade, ihn irgendwo rausreißen zu müssen. Je unsicherer die Zukunft, desto wichtiger werden die Chancen der Kinder. Wenn der Job bedroht ist, hat auch die Mitte Abstiegsangst. Und diese Angst ist nicht nur ein Gefühl. An der Universität in Stanford hat man die Abwärtsentwicklung bereits durch Zahlen bestätigt. Der Ökonom Raj Chetty hat ausgewertet, wie sich das Einkommen über Generationen verändert hat. Er beschreibt einen Trend, der sich in den USA, aber auch in Deutschland zeigt. Bei den Kindern, die 1940 geboren wurden, haben 92 Prozent mehr verdient als ihre Eltern. Wenn man sich ansieht, wie sich das verändert hat, erkennt man ein Muster, das wir den schwindenden amerikanischen Traum nennen. Bei Kindern, die Mitte der 80er geboren wurden, verdienen nur noch 50 Prozent mehr als ihre Eltern. Sie sind dann die Verlierer der Globalisierung, wenn sie nicht sehr gut ausgebildet sind. Denn gute Bildung macht Menschen flexibler auf dem Arbeitsmarkt. Weil Bildung vielleicht nicht das einzige, aber sicher das wichtigste Mittel ist, mit dem Menschen ihre Lebenschancen verbessern und ihre Ziele erreichen können. Das Versprechen, mein Kind wird es mal besser haben, war immer Teil der deutschen Identität. Die bescheidene, mitteleuropäische Variante des amerikanischen Traums. Wird das Versprechen nicht mehr eingelöst, hat das Folgen. Eltern versuchen, die Chancen des eigenen Kindes zu maximieren. Der Kampf um den Status beginnt schon mit der Wahl der Grundschule. Bochum. Hier im Krankenhaus arbeitet der Krankenpfleger Markus Kostell. Er hat einen fünfjährigen Sohn, Luis, den er nicht filmen lassen will. Er kommt im Herbst in die Schule. Kostell hat Angst, dass sein Sohn auf einer staatlichen Schule nicht richtig gefördert wird. Er will ihn deshalb auf einer privaten Schule anmelden. Einer Waldorfschule. Er ist im Moment halt schon so weit, dass er schon schreiben und lesen und so weiter alles kann. Und auf den staatlichen Schulen würde wahrscheinlich erstmal Rücksicht genommen auf den schlechtesten in der Klasse. Und wichtig war für mich halt auch die Ausfallszeiten im Unterricht. Und dass er auch einen anderen sozialen Umgang hätte. Er selbst war auf einer staatlichen Schule. Viel mehr Kinder, marodes Gebäude, Frontalunterricht. Dem Sohn will er das ersparen. Das kostet. Es gibt halt einen monatlichen Beitrag, der prozentual vom Gehalt abgezogen wird. Der höchste Beitrag ist 550 Euro, die man monatlich bezahlen kann. Und dann gibt es noch ein Baugeld in der Schule. Das sind 3.200 oder 3.500 Euro für die komplette Schulzeit. Und dann kommen dann halt noch die Betreuungskosten für Mittagessen und die Betreuung an sich dazu. Der Bochumer Stadtbezirk Wattenscheid. Hier hat mehr als jeder fünfte Einwohner einen Migrationshintergrund. Und in Wattenscheid leben die meisten Arbeitslosen der Stadt. Mittendrin die Wiederschule. Markus Kostell hat seinen Sohn hier angemeldet. Waldorfschulen sind private Ersatzschulen. Wie die meisten konfessionellen oder freien Schulen, werden auch sie größtenteils mit Steuergeld finanziert. Weil alle Kinder hierher gehen können. Theoretisch. Kerstin Fricke ist Lehrerin. Sie führt interessierte Eltern über den Campus. Macht das echt gut. Ihr seid klasse. Ihr wisst, wofür ihr es macht. Und ich bin nachher gespannt, wie eure aussehen. Ich komme dann nochmal später und gucke am Ende des Jahres, gucke, wie eure geworden sind. Sehr gut. Auf 10 Kinder kommt hier ein Lehrer. Nur 34 Schüler gibt es pro Jahrgang. In der benachbarten öffentlichen Schule sind es doppelt so viele. Die meiste Zeit lernen die Kinder aufgeteilt in zwei Klassen. Das war super, Peter. Jetzt kannst du mit der Pfeile loslegen. Ja, darf ich vorstellen? Mimi und Mocka. Hallo. Ja, du bist auch eine hübsche Jahre. Ja, genau. Das ist natürlich die Attraktion für alle Schüler. Der Clou schlechthin. Ja. Die Idee dahinter ist natürlich, dass unsere Stadtkinder noch erleben, was Natur ist. Und auch noch erleben, wo kommt denn das Frühstücksei her? Nicht etwa aus dem Supermarkt. Schulgarten, Schulzirkus, eine Theaterbühne, eine Bildhauerwerkstatt, eine Mensa, Musik-AGs. Das ist uns ganz wichtig für die musikalische Früherziehung der Kleinen, dass solche Dinge stattfinden und jeder seinen Erfolg, ich erzeuge einen Ton, eben haben kann. Der Anteil an Migrantenkindern, Kindern mit Migrationshintergrund, ist bei uns relativ gering. Das ist etwas, was wir gar nicht gut finden. Ergibt sich aber tatsächlich offensichtlich durch die Sorge, das ist Privatschule, das kann man sich nicht leisten. Wir haben zwei Gruppen, die uns sozusagen aufsuchen. Das eine ist tatsächlich eine große türkische Familie und man sieht, das ist ein Clan, der immer weiter sozusagen sich verzweigt hat. Und dann kriegen wir die Cousinen der Cousinen, der Cousinen, die schon mal da waren. So, also über Mundpropaganda. Das zweite sind Kinder, die ein afrikanisches Elternteil haben. Das sind eigentlich die beiden Bereiche, aus denen unsere Schüler mit Migrationshintergrund kommen. Aber es sind pro Klasse zwei, drei nicht mehr, noch nicht. Zwei zufällig ausgesuchte Schulklassen. Einmal eine Waldorfschule aus Herne in den violetten T-Shirts. Und eine Gesamtschule aus Köln-Kalk, in Weiß. Die Frage an alle, sprecht ihr zu Hause eine andere Sprache als Deutsch? Und, helft ihr euren Eltern manchmal beim Übersetzen ins Deutsche? Die Segregation verschärft sich gerade. Sowohl die Zahl der privaten Schulen insgesamt, als auch die Zahl der privaten Grundschulen ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. In den letzten 20 Jahren hat sich die Privatschülerzahl insgesamt um 30 Prozent erhöht. Bei den Grundschulen war der Anstieg extrem. Hier hat sich die Zahl der Privatschulen vervierfacht. Und das kommt eben dadurch zustande, dass man auf der einen Seite Eltern hat, die es bezahlen und dagegen nicht vorgehen. Auf der anderen Seite eine Schule haben, die natürlich diese hohen Schulgelder brauchen oder glauben zu brauchen, um eine gute Bildung hinzubekommen. Und dann, und das ist der wichtigste Fakt im Ganzen, eine Verwaltung, die das nicht kontrolliert und auch nicht kontrollieren will. Der Staat übernimmt im Durchschnitt zwei Drittel der Kosten für Privatschulen. Den Rest zahlen größtenteils die Eltern. Dadurch spart die öffentliche Verwaltung Geld. Forscher haben errechnet, es sind rund 2,4 Milliarden Euro im Jahr. Da diese Privatschulen staatliche Schulen ersetzen, müsste der Staat kontrollieren, dass sie nicht zu viel Geld verlangen. So steht es im Grundgesetz. Private Ersatzschulen darf es überhaupt nur dann geben, wenn jeder sie sich leisten kann. Der heutige Stand ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Und das Hauptproblem dabei ist, dass vor allem die Bundesländer, die zur Überwachung des Grundgesetzes da sein sollten, so gut wie gar nichts tun, damit diesen Differenzen im Riegel vorgeschoben wird. Diese Waldorfschulen als solche, wie auch andere Schulen in freier Trägerschaft, brüsten sich damit, gute Schulen zu sein. Viele sind auch gute Schulen. Wir haben hier ein schulisches Prinzip, welches Erfolg hat. Warum übernimmt man das dann auch nicht in das öffentliche Schulsystem? Das ist die Frage, die sich mir dabei stellt. Der Staat sollte darüber wachen, dass gute Chancen für Kinder nicht am Geld der Eltern hängen. Im Moment gelingt das nicht. Und so übernehmen andere einen Teil der Verantwortung. Die Charity-Gala der Laughing Hearts Stiftung in Berlin. Millionär Christoph Gröner ist an diesem Abend auch Gastgeber. Ich habe vier Stunden geschlafen und ich habe Energie für zehn Tage. Ich weiß, dass heute viel auf dem Spiel steht. Wir müssen Geld einsammeln für die Kinder. Die Motivation ist ganz oben. Nur wenige Heimkinder sind geladen. Stattdessen die Reichen und Schönen. Auch die Berliner Senatorin für Gesundheit und Gleichstellung ist gekommen. Sie feiern Haarschwarz und ich muss sagen, der Anblick ist wirklich schön. Ich sehe gerne auch schöne Menschen und dabei tun Sie was Gutes. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Die Leck-Kolat nennt man hier Schirmherrin. Mitentscheiden, was mit dem Spendengeld passiert, darf sie nicht. Das ist echt ein Problem, wenn die Kinder aus dem Heim nicht rauskommen, wenn sie schon 18 sind. Das geht bis so weit, bis, dass die Mädchen auf der Straße landen. So weit geht das. Und da zerreißt es mir das Hand. Das kann nicht sein. Passend zum Thema singt Pia Golücke, bekannt aus einer Kinder-Casting-Show. Eine Veranstaltung unterstützt vom Steuerzahler. Und sicherlich ist es so, dass wir so was wie eine Werbemaßnahme dort von der Steuer absetzen können im Betrieb. Das heißt, der Staat zahlt tatsächlich die Hälfte mit, aber die andere Hälfte zahlen wir immer noch. Aber ich muss dir leider, ich muss dir leider ein bisschen hier auf der Heidi Klum, ein bisschen German-Sax-Fammer-Mann-Mädchen. Wir müssen auch hier noch ein bisschen was machen. Deswegen, da du jetzt mit einem Geschenk gesungen hast, würden wir dir auch gerne selbst ein Geschenk machen. Wow! Ein Abendbleib für heute. Michi, ihr habt Ihnen auch, danke, bitte schön. Ich bin davon überzeugt, dass es falsch ist, sich an den Langsamen und an den Schwächeren zu orientieren. Ich bin aber ganz sicher, dass wir daran gemessen werden, wie wir, die Leistungsstarken, damit umgehen, dass es Leistungsschwächere und Schwache in dieser Gesellschaft gibt. Ob es Kinder sind, ob es Menschen, die in Armut gekommen sind. Und daran werden wir gemessen werden. Was macht jemand, der sich alles leisten kann? Der nicht mehr Geld will, sondern mehr Einfluss? Hilft Reichtum auch bei der politischen Teilhabe? Womöglich sogar mehr, als der Demokratie gut tut? Die Siemens-Mitarbeiter in Leipzig basteln Fotogroßkarten für ihre Manager. Das erinnert die Manager, dass sie über Menschen entscheiden. Na, im Moment fühlt man sich machtlos. Im letzten Teil von Ungleichland, Macht. Christoph Gröner will seine Ziele durchsetzen. Nee, das geht nicht. Da muss ich ein Gespräch mit der Bürgermeisterin her. Ich will im Frühjahr diese Baugenehmung haben. Das gibt es doch überhaupt nicht. Wie viel Einfluss hat er auf die Politik? Ich treffe Herrn Gröner mehrfach im Jahr. Politiker wie Florian Schmidt müssen die Bevölkerung im Blick behalten. Wir propagieren, dass die Häuser denen gehören sollen, die darin leben. Und nicht anderen, die daraus Rendite ziehen wollen. Herr Gröner arbeitet letztlich für seine Shareholder. Christoph Gröner kämpft darum, im globalen Wettbewerb zu bestehen. Und dafür brauche ich, liebe Investoren, auch in Zukunft ihre Unterstützung. Das ist ganz wichtig. Wer hat die Macht? Die sind ein Teil stärker als wir. Das alles nächste Woche bei Ungleichland.